ich die 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 das blöd das ist was 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 und und der Rest in es nimmt es nicht auf den Hauptbildschirm ja Ja. Und der redet auf? Ja. Also. Was sagst du mit mir auf? Ja, was ist jetzt? Ja. Was? Wenn du jetzt mal kurz Pause machen willst, kannst du dich gar nicht damit befassen, geh? Da. Ja. So, jetzt hören sie mich nicht mehr. Ich mein bloß, weil jetzt, wenn man kurz mal, äh, wohin gehen will, zum Beispiel aufs Klo, dann lässt du sein Wasser weiterlaufen, dann muss man doch Pause machen, drücken auf. Auf die Kamera, das kannst du ja nicht aufzeichnen. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, du musst wissen, was du klapperst wieder, weil das ist im Internet drin. Ja. Ja. Kann ich da mitführen? Ja. Verstehst? Aber du hast jetzt Sachen, darfst du nicht machen. Ja. Da kommt ja auch extra so ein Bildschirm drin. Trotzdem. Ja. 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 Ja, ja, sagst du immer. Ja. Da. Und jetzt? Was machst du? Wenn wieder da. Nein, zurück noch mal. Nein, nicht hoch. Komm mal hier. Nein, lass das. Los, gib mir hier. Da. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hat mich abonniert. Mich nicht, oder was? Ich? 13. Ja, alles kann ich mir raten. Kameraden? Nicht alles. Auch den Eltern, ja, hab ich ganz vergessen. Alles klar. Ja, und vor wie viel genau? Ich hab vor zwei angefangen. Was hast du, Kilian? Okay, dann was hast du? Ja, ich hab doch vor zwei Wochen angefangen. Ja. Ja. Hey, Lukas schreibt so in den Chat, wie heißt du Fabrice? Ach so. Ach so, ja, stimmt. Ja. Hey, was gerade stimmt? Ja. Sag doch Bescheid! Hab ich! Yo, Lukas. Ich habe... Ich habe... Ich heiße Pro unterstrich Gamer. Pro unterstrich Gamer. Jetzt ab hier alles groß. Äh... X, der LP. Platz noch ein großes X, kleines X. Schreibt's auch einfach in den... Schreibt's auch einfach in den Stream. Oh, ich bin ja schon schlau, ne? Ja. Bin so schlau. Lukas? Lukas, hast du mich abonniert? Also ich heiße so, warte guck mal in den Chat. Aha, Lukas hat mich abonniert. So heiße ich. Was hat er zu Lukas gesagt? Nix. Oha. Gündela. Achso, ich starte jetzt mein Stream. Sind wir kurz ruhig? Oha, ich hab zwei Zuschauer, was du jetzt weißt. Haha, ich wollte noch mal fahren. Spielst du in den Stream GTA? Jep. Was soll's? Wieso spielen wir nicht alle zusammen Minecraft? Nee. Jetzt komm. Hm. Soll ich neben mich? Soll ich neben mich? Soll ich neben mich? Lukas? Hast du Fabriz jetzt abonniert? Nein, ich glaub der sucht noch. Okay, warte, ich muss was machen. Alles klar. Das wär's, er abonniert dich nicht. Gleich. Danke. Danke, Lukas, für dein Verständnis. Er schreibt gleich. Das hab ich grad gesehen. Ich bin auch im Chat. Ich habe Rüstung. Ähm. Los. Er hat. Schafft sich zum Ben-One. Los. Brrrr. Heppsch. Der Fotzen weg. Könnt mich. D, 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 D. Ich töte alle. Seid mal kurz leise. Seid mal kurz leise. Seid mal kurz leise. Ja, und... Ja, halt mit dem Keller und mit den Karren. Also mit den... Die Schnauzen, man. Oh, danke, Lukas. Lukas, du kannst so bei meinen Schirm vorbeigucken. BAM 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 Lukas, was machst du? Hehehehe. Hehehehe. So, erstmal abholen wir da irgendwo dort. Fabrice, frag mal, was Lukas macht. Er ist aber bei dir oder bei mir. Weiß ich nicht. Er macht einfach nix. Er macht nix. Er macht nix. Okay, warte. Komm, er macht eiskalt nix. No Scope. Okay. Lukas, du tust was. Komm. Der in die Sch neuen stammen. In spüren. Er ist bei mir im Stream. Bei dir, Kili. Du kannst du schon was bei mir im Stream schauen. H-ix deternt. Passt sofort!" H-ix. Ich sei doch zu groß. Keine Mother. Oh Gott, die Polizei! Alter, die Polizei! Was ist bei dir los, Fabrice? Alter, was geht mit der Poli... Was geht bei der Poli... Polizeiabmann? Alter... Alter, ich rass nicht... Alter... Alter, was ist grad... Alter... Bist du denn... Kannst du kein Motorradfahrer oder was? Komm... Der Papa zeig... Der Papa zeig's dir... Muss immer, immer gegen jede Wand fahren... Immer... Lukas... Äh, Fabrice... Siehst du... Fabrice... Weißt du noch die Welt mit dem Baumhaus? Da, wo die Toiletten sind... Sag... Da kann man noch nicht mehr rein... Doch... Aber egal... Schieß dich ab! Das sind... Kann ich dir sagen, wer da drin ist? Komm... 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 Schnell drauf... In der Toilette, gell... Ist bei... Ähm... Ein Villager drin... Oh... Danke, Lukas... Ist bei... Ein Scheißdreck... Oh Gott... Ist Lukas bei dir im Stream? Oh Gott... Ich rutsch einfach mit'n Arsch... Ich rutsch einfach mit'n Arsch... Ich rutsch einfach mit'n Arsch zum Motorrad... Fabrice, ist Lukas bei dir im Stream? Ja... Bei mir nicht mehr... Oh... Was ist drauf? Sag ihn mir, wenn beide anschauen... Nein... Wir sollten beide angucken... Ein Tablett oder von... Nein... Das... Oh... Gott... Oh Scheiße... Ich muss'n... Ein Pulitzer Auto klauen... Schließ dich ab! Ja... Komm... Ja... Ich... Ich... Ich bin... Keine... Polizei... Aber egal... Ich bin... Kaum... Ja... Der war richtig... Vorne... Ich krieg' einfach... Ne Bulle war grad neben mir... Und ich hatte keine Stehende bekommen... Smaller... Smaller... Extra nehmen... Oh... Weil das nicht hier... Strasse ist... Warum nennt sich Lukas... 1... 2... 3... Skiller... Oh... Jetzt muss ich mir auf... Wer ist Level 11? 111... Ich bin... Level... Ich... Level 11... Hallo... Leute... Level 11... Und ich strebe... Äh... Äh... ... Jess... Ne... Eine... ... Die... Neue... Mei... Na... Warum? Hä?! Jä?! Hm! sag mal zu einer person von dir im stream nein ich habe einen gerade das ist einfach so ein passant abgeschossen was ist mit dem los das ist ein passant man also jetzt nur noch eine person im stream ja okay macht der stream so hölle wiste er kommt weiter Warum kann ich das auch so gut töten, Mann? Ich versteh es nicht. Hälfte ich. Hälfte ich. Hälfte der Scheiße, Mann. Nicht töten, bitte. Vor die Blumen, okay. Vor die Blumen, vor die Blumen, vor die Blumen, vor die Blumen, yeah. Fabrice? Mach doch schnell. Ist mir egal, mach. Schnell. Fabrice? Hm. Weißt du noch, wo ich zu manchen aus der Klasse gesagt habe, ich bin einfach Popo. Alter. Komm, wir machen das halt. Halt dich! Ich komm gleich wieder. Lukas, hier wäre das nicht kaputt. Da ist gerade einer kaputt gegangen, aber... Davor nicht. Hat... Nein, ich hab noch, okay. Was sind jetzt Video? Ich hab eine Idee verfließt. Lukas, wir können dann auch mal zu der MIDI gehen. Also glaube ich. Jetzt mache ich das. Ich glaube, Moment. Das ist toll! Das ist toll, aber ich glaube. Ich glaube, okay. Hallo? Oh Gott, ich kenne dich. 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 Niemals aufgeben. Hallo? Hallo? Ja, ich kenne dich. Ja, ich kenne dich. Hallo? Oh Gott, ich kenne dich. Ich kenne dich. ich bin hinten 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 Dämonen Augen Alter ich hab deine Lache gesagt Hör ich wieder Also falls ihr eine PC habt ihr könnt gerne mitspielen Genau Ja aber für mich Ja aber fahr halt diese arme Frau da Können wir Ja dann fahr ins Wasser Das ist ja krass Fuck the police Fuck the police Fuck the police Fuck the police Aber dies macht meine Challenge Wer öfter stirbt Oh Mann ich wollte was machen Mann Ich wollte was machen Bitte was mein challenge wer öfter stirbt verliert t t t rar t Wir übernehmen den Strip-Club! Ja! Das war ganz klar! Ich weiß nicht! Ja, alles klar! Ja, wir klauen den Bus jetzt, Alter! Bei mir hat es in Griechen den Bus gekippt! Ja, beim Mindstream hat man das gesehen! BAM! Du kickst einfach irgendwie... Du kickst so durch die Scheibe durch! im ab die händler er guckt meinen ich bin dabei ich bin bei den killer hallo FUK THE POLICE! Oh, Lukas, warte ab! Wir gehen da gleich zur... REN! Hahahaha, Luson! Oh, könnt... Könnt... Könnt ihn... Weg! Lukas, wir gehen ja gleich zur Milibase! Alter, ich höre sein Stream... äh, mein Stream dauernd bei dir fangt! Oh, hat die Vater erledigt! Nein! Lukas, guck einen von uns... von mir oder von Fafis! No! Erkennt es noch nicht mal, aber egal! Nö! Ah! Hahahaha! Hahahaha! Aaaaah! Ich fasse einfach! Piep! Oh Gott! Piep! Piep! Wie soll ich noch zu lernen? Kfan! Kfan! Chis! Kfan! 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 Lukas, wie alt bist du? Als ob du nicht weißt, wie alt er ist. Ich weiß es aber. Fragen darf man doch. Weg, Mann! Passant! Oh ja, komm! Ich mach jetzt Mutter, damit die uns nicht töten können. Nein, Mutter-Club! Jetzt komm, ich mach mich ein! Ja doch, kennst du! Klar, hat die einfach. Alles klar. Lebt den! Hallo! Ich will nicht gerne! Wie hat's? Was ist das? Der Dorfbewohner ist immer noch in der Toilette. Was ist das? Oh God... Okay, hab ich dich alles! um die die richtung hat Nein, ich brenne! Ich bin bei der Stange. Nein! Ja. Ich glaube, Lukas drehte dich morgen wieder Fabrice nennen. Oder Fabrice. Ich auch so'n Gefühl. Oh Gott, Alter! Weißt du noch heute Frau Herkele? Also wir haben eine Lehrerin zum Bein gebracht, Leute. Oh Gott, ja, Lukas, ich spiele auch PS4, sonst kann ich nicht in die Ego gehen. Das war so heftig. Ja, das war voll heftig. Hat er hochklettern? Man stört einfach. Hä, lol? Ich fahre mit dem... weg! Ich fahre mit dem weg! Ich spiele den Mann. Ich wollte echt... ich sterbe einfach in zudem. Ich wollte echt... ich sterbe einfach in zudem! Heißt du Tom? Hallo? Hallo? Fabrice? Heißt du nicht, warum die Noten offen haben? Okay, Ego. Was denn? Heißt der Tom? Ich wohne Schwerber. Hallo, heißt der Tom? Nein! Ich wollte ihm fragen, wenn er eine Arbeitsschrift macht. Was ist das? Ich bin so schön. Nein, nein. Jo! Oh! Ich habe auch noch Revolver. Noch Revolver. Ich habe auch noch Revolver. Ich habe auch noch Revolver. Ich habe auch noch Revolver.